So liebe Kinder, wir haben wieder eine Drei-Nix-Aliante mit unserem Münchentor. Diesmal geht es um Flick-Flag und Scoop-Turn. Ich bin auch dabei. Und der Marco ist noch mit dabei, mein Technikgenin. Wir machen Flick-Flag als erstes. Wir brauchen hier unser Münchentor. Der Ball liegt auf der linken Seite. Das Münchentor ist leicht rechts von euch. Wir machen ein gebremstes Ziehen-Fuß-Wechsel, also Ziehen-Fuß-Wechsel. So dass der Ball relativ mittig unter eurem Körper liegt. Jetzt machen wir rechts Flick-Flag, lange Sohlenwände, Ziehen-Fuß-Wechsel. Und jetzt sind wir wieder in dem Ziehen-Fuß-Wechsel, dass der Ball nicht optimal ist. Und jetzt brauchen wir zweimal Ziehen-Fuß-Wechsel, Flick-Flag aus dem liegenden Ball, lange Sohlenwände, langes Ziehen-Fuß-Wechsel, gebremstes Ziehen-Fuß-Wechsel, Flick-Flag, Sohlenwände. Das ist die Variante eins. Der Marco macht mal auch die Variante eins für euch kurz. Muss man die Rüchte machen, oder? Ja, du machst das hier, oder? Ja. Ziehen, gebremst, rechts Flick-Flag, lange Sohlenwände, links Ziehen-Fuß-Wechsel, lang, Ziehen-Fuß-Wechsel, kurz, Flick-Flag rechts. Flick-Flag, Sohlenwände, lang, Sohlenwände, kurz, Ziehen-Fuß-Wechsel, kurz, Ziehen-Fuß-Wechsel, kurz, Flick-Flag, Sohlenwände. Marco macht die Runde noch fertig, Jungs. Dann, glaube ich, haben wir den schon gecheckt. Oh! Perfekt. Hier, gut, Marco. Haar, Stuhl! Bitte! Immer schön auf den Stand passen, ist wichtig. Genau, Jungs, geht auch für euch selber. Wenn ihr Tempo machen wollt, dreimal eineinhalb Minuten Vollgas durchziehen, vielleicht kurze Pausen dazwischen, und dann in die nächste Variante, nächst schwierige Schwierigkeitsstufe reingehen. So, als zweite Variante zu dem Trick, arbeiten wir jetzt mit Scoot-Türmen. Also, wenn wir denselben aufbauen, der Ball liegt wieder auf der Seite. Wir brauchen jetzt einen Ziehen-Fuß-Wechsel, das wiederum gebremst ist, aber der Ball muss jetzt eher wie ein V zu dem anderen Hütchen rollen. Also, ich brauche einen Ziehen-Fuß-Wechsel, sodass ich leicht schräg stehe für die Scoot-Türmen-Nummer. Ich tue so, als würde ich den Ball in Richtung Marco passen, also wie bei einem normalen Druckpass. So, Standfu steht leicht hinter dem Ball und jetzt kippe ich im letzten Moment den Körper ab und führe den Ball rüber. Starte jetzt wieder mit einer Sohlenwende und bin jetzt schon in der Auswegsposition. Das heißt, wir brauchen jetzt nur eine Sohlenwende. Das heißt, es geht jetzt wirklich mehr um den Scoot-Türmen. Ziehen Fußwechsel so, als würde der Ball in Richtung rotes Hütchen, muss er gebremst sein. Am besten bleibt er leicht liegen. Tun, als würdet ihr passen. Hüfte, Knick, reinfallen in den Ball. Also, es ist immer drei Punkte, Standfuß hinter dem Ball, ziehe, als würdest du passen. Hüfte, Knick, schieb in die Richtung oder Knick, das kann man jetzt formulieren wie man will, also schieb ein bisschen Richtung ran. Und jetzt kippe ich eigentlich automatisch in den Ball rein. Das ist die Bewegung. Also, zusammengehängt mache ich. Ziehen Fußwechsel gebremst. Hopp, Scoot-Türmen. Lange Sohlenwende. Ziehen Fußwechsel gebremst. Hopp, Scoot-Türmen. Lange Sohlenwende. Ziehen Fußwechsel gebremst. Hopp, Scoot-Türmen. Der war nicht gut, der war zu weit nach der Zehenspitze. Hopp, hopp. Passt auf, der letzte jetzt zum Beispiel. Wenn der Ball rollt und ihr macht den Standfuß zu weit vor, dann wird der Scoot-Türmen wahnsinnig schwierig. Weil jetzt müsst ihr den Ball quasi von hinten nach vorne holen und rumrollen. Das ist dann eher so fast schon Elastik oder so irgendwas. Das macht eigentlich keinen Sinn. Sondern ihr müsst schon schauen, dass der Standfuß hinter dem Ball steht und alles wie ein Pass aussieht und ich erst im letzten Moment quasi in den Ball reinfalle. Okay? Dann Marco zeigt es euch natürlich jetzt mal viel besser wie meine. Also, ich passe eigentlich immer zu meinem rechten Hütchen. Genau, du passt einfach immer, als würdest du in die Richtung des rechten Hütchens passen. Genau. Jetzt würde ich dir den Ball spielen. Genau. Und jetzt schiebe ich und der Ball geht hier rüber. Genau. So, hopp. Jetzt ist es wieder so ein bisschen mehr, könnt ihr natürlich schon in die Richtung gehen. Hopp, schieben. Ja, das ist gut aber wohl jetzt. Hartes Training. Hopp, rüberschauen, schiebe. Genau. Hopp, voilà. Okay. Ziehen Fußwechsel leicht in die Richtung vom rechten Hütchen. Ja, ein bisschen weiter kannst du fast rüber gehen, wenn du mehr Winkel hast. Das ist noch leichter. Also du kannst fast ein bisschen mehr den Ball... Ja, feines so. Ja, du kannst fast den Ball noch ein bisschen überziehen. Fußwechsel in die Richtung hüttchen rollen lassen, weil dann hast du ein bisschen mehr Winkel. Also wenn du gegenziehen noch ein bisschen mehr raus, dann hast du mehr Winkel. Das ist eigentlich leichter. Ja, okay. Also wenn du... Auch der Scoop-Türm bewegt sich ja am Ende fast wie so ein Fauer. Also der Ball geht quasi seitlich weg. Ja. Marco geht jetzt hin. Und ich bin mir sicher, ihr auch. Ja, gesehen, wenn der Standfuß neben dem Ball steht, dann wird die Bewegung ein bisschen runter und man sich dann so verzögern muss. Und dann habt ihr das Problem. Jetzt war es wieder besser. Ihr müsst wirklich auf euren Standfuß achten. Wenn der zu weit vorne steht, dann steht ihr euch selber im Weg. Und dann müsst ihr verzögern, 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 bis der Ball an eurem Fuß vorbeigeholt ist. Und dann glaubt euch die Bewegung keinem Menschen mehr. Super Bewegung bei ganz vielen Situationen, Jungs. Im 16er zum Beispiel. Schuss auf die lange Ecke antäuschen, abklappen, rüber vorbei. Jeder normale Verteidiger wird versuchen, den Schuss zu blocken. Und bei anderen Umständen Marco perfekt. Ja, das ist echt schön. Super. Sehr gut. Perfekter Trick, Jungs. Um, wie gesagt, jetzt habe ich gerade inzwischen reingelagert. Ich kann schon mal sagen. Perfekter Trick. Stehst am 16er Eck, tust du was, wirst ins lange Action gehen und hopp, klappst ein. Jeder Verteidiger wird versuchen, den Schuss zu blocken. Beim Flanken ist super Bewegung. Wenn du aus dem Halbfeld flankst, super Bewegung normalerweise um die Mitte anzulauchen. Muss nur halb gut aussehen. Körper muss, alles muss ausstrahlen. Ich spiele den Pass. Sonst glaubt es euch kein Mensch oder ich schieße aufs Tor. Das muss halt alles angezeigt sein. So Jungs, sind wir das dran. Kommen wir zur letzten Variante. Wir hängen jetzt die beiden Varianten zusammen. Das heißt, wir starten wieder da außen. Und starten mit Zieren gebremst. Jetzt machen wir einen Flickflack hin zu dem linken Mütchen, weg vom linken Mütchen. Rüber, raus. Jetzt machen wir eine Sohlenwende. Ein Ziehenfußwechsel. Und jetzt brauchen wir wieder das dritte Ziehenfußwechsel, in dem Fall, sodass wir da draußen stehen. Jetzt machen wir unseren Scoot Turn und jetzt machen wir eine lange Sohlenwende. Und jetzt nur unsere gebremste Sohlenwende und machen jetzt wieder einen Flickflack. Jetzt machen wir eine lange Sohlenwende. Jetzt brauchen wir die zweimal Ziehenfußwechsel. Darauf achten, dass der zweite Richtung das rechte, wo die Mütchen rollt. Tun das würde in die Richtung passen. Scoop Turn, Sohlenwende. Und jetzt nur einmal Ziehenfußwechsel, damit der Ball hier in der Mitte liegt. Flickflack und so weiter. Also wir hängen die Nummern jetzt einfach zusammen. Und schauen, dass wir da auch eine flüssige Kombination bekommen. Wir starten außen, Ziehenfußwechsel. Flickflack, Sohlenwende. Zweimal Ziehenfußwechsel brauchen wir jetzt. Das zweite Ziehenfußwechsel langsam Richtung Mütchen. Scoop Turn, Sohlenwende. Einmal Ziehenfußwechsel und Flickflack. Jawohl, du machst das perfekt. Langes Ziehenfußwechsel. Der Brems ist ziehenfußwechsel. Auf Scoop Turn, der war gut. Ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu viel über den Ball geht. Weil sonst glaubt euch halt keiner mehr in den Schuss. Immer dann denken, ihr müsst so tun, das würde nicht langen Schießen passen. Das ist das Ding und das muss euch jeder glauben. Und dann geht ihr in den Ball rein. Ihr fallt richtig in den Ball rein rein. Der war schwer, weil der Ball viel gerollt ist. Aber der Scoop Turn hat sich gar nicht gut. Und mit deiner Geschwindigkeit lässt du ihn locker noch verholen, wenn da keine Warten gelesen wird. Genau. Speed. Ja, absolut. Hopp, 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 hopp. Das muss auch zog geben. Marco macht es noch ein letztes Mal ins Scoop Turn. Boah, sehr gut machen. Schön. Noch mal. Marco hat Bock. Hopp, hopp. Ja. Okay. Das ist cool. Sehr gut, Jungs. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Übung. Wie gesagt, je nachdem wie viel ihr euch selber fordern wollt. Je nachdem wie ihr euch selber fordern wollt. Geht es ja auch ein bisschen um Ausdauerposition. Dann macht ihr 3 Sätze mal eineinhalb Minuten oder so. Dann ist da richtig Speed. Komm. 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 Vielen Dank.